Etappe in Münster, nach der Etappe in Wiesbaden gewonnen. Wenn Clint Trexo einen Wunsch frei hätte nach so einem guten Job, was wird er sich mutmaßlich wünschen? Wahrscheinlich was zufressen? Ja, da gehe ich von aus. Mal einen Tag Pause, ein bisschen auf die Wiese, was er sowieso jeden Tag macht. Also ich glaube, es geht ihm ganz gut, aber ein paar Tage Pause hat er verdient. Jetzt steht in den kommenden Wochen noch die eine oder andere Aufgabe an. Die DKB-Reiders-Tour gehört dann aber im November dazu mit München, mit der Finale-Etappe bei so einem Vorsprung? Ja, das denke ich schon. Also jetzt gerade bei dem Punktestand und so wie es läuft jetzt gerade in der DKB-Reiders-Tour ist sehr gut für uns im Moment und das versuche ich natürlich jetzt auch ein bisschen auszubauen. Paderborn ist leider nicht, aber München versuche ich schon hinzubekommen und da auch nochmal gut zu sein. Gut, vielen Dank, viel Glück.